Riskiere keine unangemessenen Geschenke. Vor allem nicht für ein Kind. Erstelle eine Wunschliste auf volowishlist.com und schicke sie einfach deinen Liebsten. Du weißt am besten, was dir zu Hause fehlt. Deine Familie wird das, was sie kauft, von der Liste abbuchen. Nutze Volo Wishlist und sag lebewohl zu unpassenden Geschenken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017